Herzlich willkommen zu unserer Sendung Standort Berlin und Sie wissen, ich stelle Ihnen hier ganz besondere Persönlichkeiten, Unternehmer aus dieser Stadt vor und heute ist bei mir Dominik Freitag. Herzlich willkommen, Sie sind Ingenieur, Vorstand der Gesellschaft IGP, Ingenieur Aktiengesellschaften. Genau, richtig. So und jetzt werden Sie sagen, ja was macht denn der Herr Freitag? Sie sind in Schönefeld und Ihnen haben wir es zu verdanken, dass da ein riesiges neues Geschäftszentrum entsteht. Was machen Sie denn da zur Zeit? Genau, also wir sind im Wesentlichen dafür da, den Flughafen koordinierend fertig zu stellen. Wenn es nicht klappt, sind Sie schuld. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir einen verantwortet. Definitiv, kann man wirklich so sagen, aber ich weiß ja, dass wir den fertig machen und dass wir wirklich eine gute Arbeit abgeliefert haben. Ich gebe auch zu, es war eine sehr herausfordernde Arbeit, aber die Öffnung steht demnächst an. Ich werde mich zurückhalten. Nennen Sie doch mal das Datum, damit wir Sie festnageln können. 31. Oktober, glaube ich, das ist der Geburtstag des Flughafen-Chefs. Müssen wir mal schauen. Also ich denke, das wird auf alle Fälle funktionieren. Und unser Hauptfeld als Co-Pay war, wir sind Hochbauer, also wir sind Hochbauingenieure im Wesentlichen. Und wir sorgen dafür, dass die Firmen unter Aufsicht des Bauherrn, also wir sind Bauherrnvertreter, die Arbeiten fertigstellen. Da war ein großes Konvulat an Gegebenheiten vorliegend. Die haben wir 2014 aufgenommen. Also das heißt, wir sind 2014 mit einem sehr großen Team an den BR herangegangen und haben den jetzt zeitnah fertiggestellt. Was für uns alle auch ein Stück weit Erleichterung ist, weil der ging sehr weit durch die Presse. Und wir sind wirklich auch ein Stück weit stolz darauf, diejenigen zu sein, die mit das Eröffnungsbändchen dann durchschneiden dürfen. Hand aufs Herz. Was war denn so viel zu machen? Das ist eine einfache Frage, aber dahinter steckt viel, viel mehr. Im Grundsatz nach hat man Wünsche nachträglich umgesetzt, die einfach durch die Zeit entgekommen sind. Aber die nicht im Plan waren. Richtig, korrekt. Also diese Geschäftsflächen, also diese Verkaufsflächen, die haben sich mehr als verzehnfacht. Und das halt eigentlich, nachdem der fertige Plan verabschiedet wurde. Also nachdem man schon gebaut hat. Aber wie kann man denn bauen, wenn man keinen Plan da hat? Ah, der Plan war ja da, aber nicht mit diesen Verkaufsflächen. Es hat sich das Interesse und das Geschäftsmodell im Betrieb eines Flughafens verändert. Also es sind mehr Geschäftsflächen geworden. Die Haupteinnahmen sind Geschäftsflächen. Also die Fluggäste, die am Flughafen sind und Lebensmittel kaufen, die sich über diese Duty-Free-Bereiche Accessoires mitnehmen. Der Bereich ist enorm gestiegen. Und das war halt der Wunsch des Bauherndes, dann dahingehend zu verändern. Und dadurch, dass der Flughafen in der Konstruktion ja eine einmalige Konstruktion ist, alle Flughäfen haben, das ist auch in der Presse immer geschrieben wird, diese Entrauchungsanlage. Die war einmalig konzipiert. Nämlich der Rauch geht nicht nach oben, sondern nach unten in die Erde. Genau. Und Sie müssen sich vorstellen, die Entrauchungsanlagen, also der Rauch muss dort weg, wo viele Menschen sind. Und Verkaufsflächen sind einfach die meisten Menschen. Und das ist einer der Gründe, das umzuplanen mit einem einmalig, weltweit einzigartigenden Konzept. Geht nicht von heute auf morgen. Das muss man wirklich sagen. Ja, aber hat man das denn nicht vorher gewusst, gesehen? Haben Sie nicht als Ingenieur, wenn Sie so einen Plan sehen, sagen, das geht doch gar nicht? Doch, auch das vorherige Architekturbüro hat das gesehen. Aber der Bedarf vom Bauherrn war nicht da. Also die Verkehrsflächen waren einfach deutlich geringer. Und das, was man hätte nach unten absaugen müssen, auch deutlich weniger. Und das funktioniert. Aber wenn ich halt hergehe und ein Konzept, was es weltweit nicht gibt, verändere und sage, ich möchte jetzt am liebsten mal zehnmal so viel Luft absaugen, dann kommt man an die Machbarkeit, also kommt man einfach an Grenzen. Wie mit einem Elektroauto. Das fährt auch nicht von hier bis nach Afrika, sondern das muss erst entwickelt werden. Klar würde ich das gerne so tun, aber man muss da halt einsteigen. Man muss sich wirklich den Kopf zerbrechen. Und man hat dann, während man weiterarbeitet, mit einem Stück weit alter Planung eine neue Planung aufgesetzt und beides versucht, parallel umzusetzen. Das heißt, der alte Plan hat funktioniert. Der alte Plan war korrekt. Hätte es mal so gelassen, wären wir seit zehn Jahren schon in der Luft. Und dieser Neubau, der zehnmal so groß ist wie der bestehende Plan, der hat das nicht schaffen können, weil die Flächen nicht da waren. Also, das ist einer der Gründe natürlich. Also ich versuche, den Schwerpunkt nochmal darzustellen. Ja, konkret. Also der Flughafen, das Konzept, was der erste Architekt hier auf den Markt gebracht hat, hätte funktioniert, der hat auch schon weltweit, glaube ich, sieben oder acht Flughäfen geplant und fertiggestellt. Auch in dem Zeit- und dem Kostenpensum, das vorgegeben war. Aber durch die Veränderung der Wünsche, hat sich das, also es funktionierte nicht mehr. Wessen Unterschrift steht denn da drunter? Das muss ich ehrlich gestehen, weiß ich persönlich nicht. Da müsste ich nachschauen. Da muss doch der damalige Geschäftsführer des Flughafens, der muss gesagt haben, ich will mehr Verkaufsfläche haben. Ich glaube nicht, dass das an dem Geschäftsführer lag, sondern das war ein Konglomerat aus vielen Parteien, die dort mitwirken. Also es sind die Fluggesellschaften natürlich, die auch ein Interesse vertreten. Es war zu dem damaligen Zeitpunkt Air Berlin auch ein sehr, sehr schweres Gewicht in der Entwicklung des Flughafens. Und der Bedürfnisse in der Planung, als ich auch eingestiegen bin, war es so, dass der A300 auch auf den Markt gekommen ist. Air Berlin wollte, glaube ich, an die 30 bis 100 Stück kaufen. Also musste man auch, was das Vorfeld betrifft, auf so Großmaschinen umstellen. Auch das war in der ersten Planung gar nicht berücksichtigt. Und jetzt gibt es Air Berlin nicht mehr und noch keine Großflugzeuge mehr. Na ja, gute Lufthansa gibt es noch mit dem A300. Von dem her, die Wünsche sind schon da, aber natürlich Air Berlin, die damals auch im Schwergewicht waren. Also schließen wir mal die Geschichte ab. Der Flughafen wird eröffnet. Sie sind Garant dafür. Wenn das nicht der Fall ist, dann sitzen wir nochmal auf dem Stuhl. Und dann machen wir den Stuhl heiß. Gerne. Dann ist der heißer Stuhl. Aber Schönefeld heißt es ja jetzt, und wir lesen das immer ständig, und ich kriege das auch hier natürlich immer zu hören. Ich sage, es wird eine gigantische Entwicklung geben. Und Sie sind wieder dabei, diese Entwicklung zu machen. Genau. Also wir sind ja, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren dort vor Ort. Wir haben auch durch das Netzwerk und durch die Kommunikation, ein Flughafen entsteht auch und ist genauso groß wie das Umfeld um sich herum. Und durch das Know-how, was wir jetzt entwickelt haben seit über 20 Jahren, hatten wir die Möglichkeit, für gewisse Investoren auch Ideenmodelle zu erzeugen. Und natürlich ist auch am Flughafen, wenn das das Dreh- und Angelkreuz von Deutschland werden wird, und dafür ist ein konzipierter Flughafen, ganz klar, wird es da Bedarf an Kongresszentren, an Hotels etc. geben. Und wir haben jetzt mit einem sehr starken Partner aus Hamburg, Schwägerarchitekten, auch den Bereich der Architektur uns angeeignet und entwickeln Modelle, wie man jetzt mit den Flächen, die eben am Flughafen noch sind, weiter umgehen kann, sodass es halt in das Konzept dieses schöne Feldareals passt. Was soll denn da entstehen? Also das Klassische, was immer entsteht, sind natürlich Hotels und Büroflächen, Gastronomie und im Wesentlichen. Also weniger Wohnen, was ich nicht ausschließen möchte, aber natürlich im Wesentlichen Büroflächen, Hotels. Aber wie kann man da wohnen? Das ist doch ständig krass. Die Geschäftsleute, Herr Brinkmann, die Geschäftsleute, die kurzzeitig da sind. Also das Modell der Hotels ist zwar immer noch vorhanden, wird auch genutzt, aber viele Leute, auch mit der aktuellen Zeit von Corona, arbeiten ja nicht mehr in einem festen Büro, sondern die brauchen das Hotel auch als Arbeitsplatz. Und diese Coworking-Space oder Flexible-Office-Möglichkeiten werden gefragt. Das heißt also, der wohnt dort und arbeitet. Also diese Hotelzimmer, wo man nur übernachtet hat und dann zu seinen Terminen gegangen sind, das verändert sich ein Stück weit, sondern das Hotelzimmer muss die Möglichkeit von Arbeitsflächen geben, deutlich mehr als vorher und muss auch die Möglichkeit geben, dass ich mal einen Gast einlade, also dass ich einfach mit einem Kunden direkt in dem Bereich arbeite, ohne dass es halt so ein klassisches 3-4-Sterne-Hotel ist. Und man muss sich 40 Minuten mit dem Taxi in die Stadt fahren. Richtig, genau. Das ist ja ziemlich weit weg. Ja, definitiv. Verliest man immer. Ja. Und was passiert denn außer Hotels? Jetzt, wo Hotels sind, sind auch Zusammenkünfte, das heißt Messen. Steht dann eine neue Berliner Messe in Konkurrenz zu der Bestehenden? Nein. Also das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Ganz im Gegenteil. Auch unser eigenes Interesse im Unternehmen ist es ja, dass die ICC wiederbelebt wird. Es gab ja von der BIM vor einem oder ein, zwei Jahren... Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Genau. Es gab eine Auslobung als Investorenmodell, was man denn mit dieser Messe machen kann. Und wir haben uns dessen damals angenommen und haben ein Modell vorgestellt, was sehr gelobt wurde. Also wir haben den Fokus im Wesentlichen darauf gelegt, dass alles so, wie es ist, bleibt. Weil es ist ein Unikat, weltweit. Also jeder hat, der die Messe besucht hat, die Messe auch gelobt. Und wir wollten mit dem Modell einfach nur die Zeit wieder mitnehmen. Ja, und das heißt, Sie haben Ihre Finger auch beim ICC drin? Dadurch, dass da noch nicht gebaut wird, noch nicht im baulichen Aspekt, aber in der Konzeption, ja. Und wir haben ein Konzept abgegeben, was wirklich sehr schlüssig ist. Also da ist auch wiederum ein Hotel mit dabei. Eine Messe funktioniert natürlich nur mit einem großen Hotel. Aber ja, auch da haben wir unsere Finger mit im Spiel. Aber es liegt uns auch am Herzen, weil die Messe war ja für Berlin und auch die Architektur der Messe war für Berlin ein Herzstück. Ja, und seit es nicht mehr da ist. Und bleibt das ICC dann bestehen und renovieren Sie das nur innen? Also Kernsanierung, wie heißt da? Also mit Abriss ist nichts mehr, ist alles vom Tisch. Nein, also unser Konzept weist ganz klar einen Bestand auf, dass die Architektur und die Darstellung, und die optische Entwicklung von der ICC bleibt. Das, was wir machen, ist nur die Zeit nachholen. Das heißt, wir werden die Besprechungsbereiche halt anpassen, modularer gestalten. Das heißt, Besprechungsräume sind nicht mehr fix in fixen Größen, sondern die können von ab 80 Leuten bis zu 300 Leuten. Das gibt es an der Wand dazwischen. Genau. Also es ist aktuell gang und gäbe, dass man mit modularen Systemen arbeitet. Und das ist das Grundkonzept, mit dem wir arbeiten wollen. Wir versuchen aber auch, die Messe ein Stück weit zu beleben. Also das Hotel, das Konzept, was wir da mitbringen, ist ein runder Hochhausmodell, was wir mit reinbringen. Und versuchen, das Hotel-Business mit dem Messe-Business zu verlinken. Das heißt, der Hotelbetreiber kann ja rein theoretisch auch die Gastronomieflächen der Messe nutzen und andersrum. Das heißt, es ist auch nicht nur das, was wir im Konzept beschreiben, was die Messe an sich betrifft, sondern es ist das ganze Areal drumherum. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn man aus dem Süden kommt. Und dann habe ich das Bild der Messe jetzt vor mir. Und wo soll denn dieser Hotelturm entstehen? Also wenn Sie von vorne auf die Messe gucken, dann sehen Sie den Funkturm. Und hinter dem Messekomplex sehen Sie den runden Hotelturm hochkommen. Also er ist bewusst nach hinten verlagert, sodass er eben die optische Grafik des Funkturms nicht wegnimmt. Also der bleibt wirklich bestehender Funkturm. Es wird das Parkhaus ein bisschen verändert. Aber der Funkturm ist einfach, ich kenne das jetzt, ich bin ja aus München. Und ich bin sehr oft nach Berlin mit dem Auto gefahren. Und das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Man kommt da rein und man genießt eigentlich die Einfahrt. Und das bleibt gleich. Und man merkt halt dann im Hintergrund diesen Hotelturm. Und schaffen Sie dann eine Konkurrenz zu dem, was Sie im BRR planen? Und über diese Frage werden wir nach einer kurzen Werbepause weiter diskutieren mit Dominik Freitag. Er ist der Vorstand der IGP... Ingenieur... Ingenieur Aktiengesellschaft. Genau, man muss so lange Worte sehen, das ist schwierig zu behalten. Wir machen eine kurze Werbepause und tolle Vorstellungen, nicht? Da muss ich sagen, es ist schon sehr imposant, was Sie da planen. Aber wir werden jetzt nochmal über die Verknüpfung reden. ICC, BR. Genau. So, Sie machen Berlin ganz neu, habe ich das Gefühl. Kann so sein, nicht? Aber darüber reden wir nach der Pause weiter. Da müssen wir erstmal so richtig mal Luft holen jetzt. Da kommt ein ganz neues Bild von Berlin. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Standort Berlin und zu Gast ist heute Dominik Freitag. Er ist Vorstand der IGP-Ingenieur Aktiengesellschaft. Und Sie planen BR, alles drumherum. Und Sie planen und haben Ihre Finger drin beim ICC. Wo haben Sie eigentlich Ihre Finger nicht drin in Berlin? Also im Grundsatz nach gibt es wenige Punkte. Wir sind schon, das Unternehmen ist so groß, dass wir uns auf Großprojekte spezialisieren. Das heißt, mehr oder weniger gehen alle Großprojekte bei uns mal über den Tisch. Natürlich bedienen wir nicht alles selbst. Das funktioniert gar nicht. Also so groß sind wir auch nicht. Aber wir versuchen doch immer wieder mit innovativen Dingen voranzuschreiten. Also wir haben mit viel Erfahrung auch viele Herausforderungen mitbekommen. Und durch den Bau-Boom war eine weitere Herausforderung natürlich auch die ausführenden Unternehmen zu finden, die die Projekte, die wir entwickeln, die wir betreuen, auch umzusetzen. Und wir haben mit einem, ich versuche es sehr deutlich zu sagen, Greenovation Campus, also einem grünen Campus in einer Holz-Hybrid-Bauweise, glaube ich, wieder einen Unternehmer gefunden. Was ist Holz-Hybrid? Holz-Hybrid ist, dass die tragende Konstruktion, die bei Hochhäusern Stahl-Glas- oder Stahl-Skelett-Bauweise ist, einfach Holz-Glas-Bauweise ist. Also das heißt, sie müssen sich die Stahlträger als Holzbalken vorstellen, die eben in ein Hochhaus nach oben gehen. Also wir gehen da einen Weg, der uns in der Nachhaltigkeit sehr bewegt hat. Wir wollten von diesem Stahl-Boom ein Stück weit weg. Wir haben nach Unternehmen gesucht, die einfach Ideen haben. Also das hat man ja heute, da gibt es viele Ideen auf dem Markt, man muss die nur greifen. Wir haben Unternehmen gefunden, die sich das zutrauen. Und mit dem Greenovation Campus machen wir die erste Umsetzung, was das betrifft, hier in Berlin. Und versuchen mit natürlich einer klassischen Denkweise, die bei der Stahlkonstruktion gleich geblieben ist, halt das Stahl durchs Holz zu ersetzen. Das hält auch. Das hält, definitiv. Naja, sonst würden sie es nicht machen. Ich meine, Pfähle sind in der Erde und Venedig steht nur auf Pfählen und viele in Berlin auch. Also warum nicht in Holz? Und wo entsteht sowas? In Zehlendorf steht das oder wird das stehen. Also es ist eine Entwicklung, es ist eine Vision, die wir haben, die wir verfolgen, wo wir kurz vor der Baugenehmigung stehen aktuell. Ja, und es ist aufgebaut wie ein Dreieck mit einem grünen Areal, das nach unten geht. Ja. Was Neues. Definitiv. Also wir freuen uns auch, da mal einen Fortgang zu machen, weil jeder verbindet ja mit Holz Feuer. Genau. Und Unsicherheit. Das bricht. Richtig. Aber das ist nicht so. Man muss einfach mit den Gegebenheiten umgehen. Das heißt also, Holz hat ja eine super Eigenschaft. Wenn man es dick genug dimensioniert, entwickelt es den eigenen Brandschutz. Also durch das Verbrennen der ersten Schicht ist ein Brandschutz gegeben von den Tragkonstruktionen. Das heißt, das war schon Anno dazu mal vorhanden und jetzt gehen wir wieder zurück. I trust on you. Gerne. Wir setzen auf Sie, dass es so wird und wünschen uns nicht, dass es mal passiert. Ich will noch mal auf den BR kommen. Das scheint mir ja so, wie Sie erzählen, ein richtiges Vorzeigeprojekt zu werden. Was Sie da drumherum planen. Und auch der Flughafen selbst. Sie machen ihn ja jetzt fertig. Haben Sie denn im Inneren, da war so braunes Holz, wenn ich mich erinnere. Ist das geblieben oder haben Sie das ersetzt? Wie sieht es innen aus? Kann man, wenn man reingeht, sagen, boah, das ist ja sagenhaft hier. Ich muss gestehen, ich war jetzt schon einige Jahre nicht mehr persönlich im Flughafen drin. Ich kenne ihn von Anfang an, als wir gestartet haben. Ich war auch international viel unterwegs und kenne viele Hauptstadtflughäfen. Ich glaube schon, dass es auch ein Vorzeigeflughafen werden wird. Also davon bin ich überzeugt. Aber es ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Dem einen wird es gefallen und dem anderen nicht. Ich muss gestehen, er ist sehr geradlinig, was mir persönlich sehr entspricht. Also von dem her, ich würde schon sagen, es wird was Einmaliges. Und vor allem können wir auch ein Stück weit einen Haken an viele Pressemitteilungen machen, wenn er dann macht. Das vergessen wir alles, was davor war. Genau. Und wenn er dann fertig ist, freuen wir uns. Und Sie bauen jetzt noch weiter drumherum was. Wir sind schon bei Messe und Hotel gewesen. Was entsteht neu? Berlin will ja auch Wasserstoff sein. Haben Sie damit auch was zu tun? Nein, mit Wasserstoff an sich nicht. Also wir arbeiten natürlich im Auftrag der Automobilkonzerne. Aber was Wasserstoff an sich betrifft, sind wir erstmal außen vor. Weil wir im Grundsatz ja zwar vielleicht durch Nutzer damit in Berührung kommen. Aber für den baulichen Aspekt hat der Wasserstoff erstmal noch keine Einwirkung. Wenn Sie jetzt mal so sagen, der Flughafen ist fertig, wir haben ihn fertig gebaut, Sie stehen davor, Dominik Freitag und sagt, boah, wunderbar, geklappt. Was hätten Sie denn noch anders machen wollen jetzt? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Das ist eine gute Frage. Also wir haben wirklich schon sehr, sehr viel verwirklichen können. Ich muss wirklich gestehen, also vieles. Wunschlos glücklich. Nicht ganz. Wir würden uns wirklich freuen, die ICC-Messe zu machen, weil Messehallen an sich und so ein Umbau eines doch sehr architekturanspruchsvollen Gebäudes, das hatten wir noch nicht. Also das wäre wirklich so noch das i-Tüpfelchen in der Referenzliste. Und was fehlt da noch, damit Sie das i-Tüpfelchen kriegen? Genau der Messeumbau. Und an dem arbeiten wir. Also wir sind auch davon überzeugt, dass das Konzept sehr, sehr gut ankommt und dass es einfach perfekt zu Berlin passt. Wir sind in Berlin groß geworden. Berlin ist die Stadt, mit der wir seit über 20 Jahren arbeiten. Also von dem her passt das Konzept wie als wäre es unsere eigene Tasche. Wie lange braucht es denn, ICC wieder herzustellen in alter Pracht und Größe? Ich war übrigens bei der Einweihung dabei. Ah, schön. Lange ist es her. Ja, aber das schafft es so Erinnerungen. Also dazu kann man aktuell schwer sagen, weil auch das Konzept, was wir vorgestellt haben, war vor der Corona-Krise, muss man ehrlich sagen. Das heißt, in dem Konzept sind diese Änderungsanforderungen noch nicht aufgegangen. Und ich glaube auch, dass die BIM das nicht mit erster Priorität aktuell verfolgt, da in eine Umsetzungsphase zu gehen. Das heißt, im ersten Step ist es erstmal... Also kann auch lange dauern. Die Umsetzung, wenn mal der Startschuss gegeben ist, nicht. Aber der Startschuss muss halt gegeben werden und ich glaube, da zieht es sich nach ein paar Tagen. Und es darf auch keinen geben, der noch zusätzlich irgendwelche Geschäfte dann haben will. Richtig. Aus Erfahrung lernt man beim Flughafen. Wenn der Flughafen, sagen ja viele, fertig ist, dann sagen die, an dem Tag ist er schon zu klein und überholt. Finden Sie das auch, nachdem Sie sich so viel damit beschäftigt haben? Da kann ich nur das Beispiel vom Tegel bringen. Funktioniert heute noch. Also ich glaube, man kann mit allen Dingen umgehen. Das war kurz und knapp gesagt, was viele in Berlin denken oder die meisten sagen, es funktioniert doch. Warum zumachen? Genau. Also Sie werden auch dagegen, ihn zuzumachen? Nein, ich glaube, dass man mit dem Dreh- und Angelpunkt in Schönefeld, glaube ich, schon der Hauptstadt genügend tut, wenn man den Tegel auch reduziert auf das, was man wirklich braucht. Und es ist für die Umwelt, für die Anwohner, glaube ich, schon ein gutes Konzept daraus, was Neues zu entwickeln. Also irgendwann ist halt auch die Zeit gegeben, mal eine neue Idee reinzubringen. Und das, was mit Tegel in Studien und Ideen und Ideenfindungen passiert, sind super Ansätze. Aber er würde weiterhin funktionieren. Das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich bin heute Morgen wieder über den Tegel gelandet. Von dem her ist es ein einmaliges Konzept. Man läuft nirgends so wenig wie am Tegel. Ja, das war ja die Konzeption. Direkt vom Steig ins Flugzeug. Und heute muss man irrsinnig lange mit dem Bus fahren und laufen. Ich denke mal an Brüssel, wo man ja irrsinnig wird und andere Flughafen. Das ist genauso. Ja, das hätten Sie ja jetzt vielleicht noch ändern können, bei den Umbauten auf dem BER. Genau, aber das war ja bewusst nicht das Interesse. Also wir wollten schon ganz bewusst den Flughafen fertig machen, weil, also ungeachtet der kurzen Wege ist ja auch eine Anforderung in Sicherheit etc. In State of the Art, man muss international einfach die Gäste auch sicher empfangen. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die im Tegel noch abgedeckt werden, aber auf Dauer nicht mehr abdeckbar sind. Von dem her passt es im Schönefeld, ob man jetzt so innerdeutsche Flüge, wie ich jetzt aus München hier hoch, das funktioniert reibungslos. Also dafür müsste man ihn nicht zumachen. Aber ich glaube, das Umfeld um den Tegel herum, die freuen sich doch auf die neuen Konzepte, ob es jetzt in der Universität oder was auch immer werden wird. Bei Schließung des Flughafens Tempelhof haben wir auch alle geweint. Das ist aber so ein schöner Flughafen mitten in der Stadt und so. Aber na gut, das ist eben so Erinnerung. Also an dem Tag, wo er eröffnet wird, da werden Sie dann mittendrin sein und sich umgucken und sagen, haben wir gut gemacht. Definitiv. Ja, definitiv. Also das werden wir tun. Und wissen Sie, wie viele Flächen denn überhaupt noch frei sind? Oder ist inzwischen ein Boom entstanden in Schönefeld? Laufen die Leute Ihnen, das Planungsbüro, die Bude ein und sagen, hier können Sie nicht noch für uns das kleine Hotelchen planen oder ein größeres? Wie ist das heute? Ist das schon ein Magnet geworden? Es ist ein Stück weit Magnet, aber nicht heute, sondern schon vor einigen Jahren. Also vor einigen Jahren wurden die Flächen um den Flughafen selbst ja sehr lukrativ und interessant für Projektentwickler. Und dadurch, dass ja auch das Schöne für trotzdem weiterentwickelt wird, also es gibt ja viele Visionen, da auch weiterzubauen, wird sich das auch nicht auffällen. Und nach meinem Kenntnisstand sind schon viele Flächen wirklich Investorenentwicklungen. Glücklicherweise sind wir nicht das einzigste Büro, was Objektüberwachung oder Architektur oder Projektentwicklung macht. Von dem her, glaube ich, ist es eine gute Mischung. Also ich glaube, wir sind mit einem der großen Architekturbüros auch hier in Berlin einfach Hand in Hand, wo wir das komplette Areal entwickeln und tauschen uns auch aus. Stört es Sie manchmal, dass der Weg so weit ist bis in die Innenstadt? Oder sind Sie so erfahren, dass von anderen Flughafen in der Welt fahre ich genauso lang? Mich persönlich stört es schon, dass er relativ weit entfernt ist, vor allem, weil die öffentliche Anbindung auch noch nicht funktioniert. Also mit S-Bahn kommt man einfach noch nicht hin. Das ist ja, muss ich jetzt gestehen, weiß gar nicht, ob es schon funktioniert. Aber die öffentliche Anbindung ist ja anstrengend, was das Autofahren betrifft. Ich fahre gerne Auto von dem her, das ist für mich kein Problem. Aber die öffentliche Anbindung, das ist etwas, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ist aber in München auch nicht anders. Also auch in München fahre ich... Ja, gut, dass Sie sagen, in München ist es auch nicht anders. Also da müssen wir uns ja nicht grämen. Aber haben Sie nicht manchmal das Gefühl und stellen sich selber die Frage, warum haben die... Ihnen nicht an den U-Bahn-Anschluss gedacht in Berlin, bei der Planung? Kann man sowas übersehen? Ich glaube nicht, dass es übersehen wurde, aber ich glaube, dass man mit einem anderen Konzept rein ist. Also von dem her, es ist schade, dass kein U-Bahn-Anschluss draußen ist. Aber es ist, wie es ist. Und wenn wir dann Eröffnung feiern, da sind Sie ja auch dabei, dann werden wir uns freuen, dass alles wunderbar geklappt hat. Dann schauen Sie sich nochmal dieses Gespräch an und sagen, Herrn Freitag haben wir das zu verdanken. Und heute bedanke ich mich, dass Sie da waren und uns das mal erzählt haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, nächste Woche Samstag, 18.15 Uhr, Standort Berlin. Bis dahin, danke und tschüss. Bis dahin, danke und tschüss.